Ich hasse es. Was machst du? Ich bereite meinen Workshop vor. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben meine Checkliste durchgegangen für den Sneed-It-Up. Und das hier ist der wichtigste Punkt hier unten. Ja. Ich esse mir viel die Worte. Was machst du? Ich muss die Schaltzeile runterholen und die Ameise ist leer. Also darf ich das mit der Hand machen? 3, 2, 1 und bitte! Mach doch mal leiser, ich dreh gerade ein Mitarbeiter-Video. Spide suchen zum schnellsten... Kostenlose Getränke. Firmenfahrzeuge. Irgendeine Nachricht. Die waren komplett weg. Ich überlege gerade irgendwas Eiserisches aus meiner Herstellung. Die Watt nur unterwegs, ne? Das ist halt aber eine schöne Frisur. Ja, wir haben gerade was richtig Schönes. Liebe Sabrina ist jetzt bei uns im Betrieb. Sie kennt uns aber nicht. Ab Montag. Gerade Vertragsunterzeichnung. Was ist mit dem Unterteil jetzt? Wir sind jetzt ungefähr 6 Wochen hier drin, ne? 6 Wochen. Das erste Mal haben wir das Licht angemacht. Guck mal. Wie schön diese ist. Ein monumentales, episches Erlebnis. Schrecklos neue Werbeanzeigen zu drehen. Hi, Libu hier. Hallo, nicht mit den dreckigen Schuhen hier rein. Das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Hast du gesehen, ne? Hallo, Schuhe sauber machen bitte, ja? Das ist der Marcello. Die zwei Älteren hier bei SRF. Die alten Säcke kurz vor der Rente. Aber die besten haben wir halt. Also wir helfen meinem Sohn beim Streichen hier. Und es ist alles genug. Guck mal, wie viele 6 Wochen hier in der Halle. Wir wissen nicht mal, wie das Licht angeht. Zum Beispiel müssen wir jetzt die Vermieter. Nicht so lange anlassen, wir müssen Strom sparen. Herr Iggy. Das ist unser netter Vermieter. Herr Iggy hier. Herr Iggy, ich habe eine Frage. Wie geht denn das Licht an die Halle? In der Halle geht das Licht an die Halle. Achso. Ich weiß nicht, ob der ein Schrank kommt. Warum kannst du noch leben? Ja, Frühwetter. Erstes Mal Licht nach 6 Wochen. Ich habe aber gesagt 5 Minuten. 5 Minuten dürfen die. Wir teilen immer, immer wieder Wasser dran. Auf den Kaffee schon, ne? Also die ganze Geschichte. Oder im Kaffeeautomaten. Als wenn das mal gut ist. Wie gesagt, alles immer nur Eiswasser. Büchner. Mahlzeit. 3, 2, 1 und bitte. Im Sitzen? Machst die Montageplanung, genau. Machst die Montageplanung. Aber nicht aufstehen, ganz kurz. Achso. Wir sitzen bleiben, bitte. Herr Bono, gehen die Angebote heute noch raus? Was machen Sie dann mit Ihrem Handy? Special-Aufgabe von Lisa. 3, 2, 1 und bitte. Machst die Montageplanung. Ich hörst mir viel die Worte. Hi, grüß dich. Wolltest du schon immer mein Anwesen hier sehen, ne? Kannst du mal gucken. Da habe ich alles mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Damals noch. Mein Opa hat das gemacht. Schön, ne?